Ja, bei Lautern gegen Düsseldorf gab es einen Flaschenwurf und Ragnar geht zu Boden. Ich weiß nicht, was das soll, warum man da Flaschen werfen muss. Also solche Fans haben im Stadion nichts zu suchen. Ihr würdet selber keine Flasche gegen den Kopf kriegen wollen. Ich weiß jetzt nicht genau, was es für eine Flasche war. Kann mir gerne einer hier in die Kommentare schreiben, gerade Lautern-Fans. Was war das für eine Flasche? War das eine Plastik- oder eine Glasflasche? Glasflasche kriegt man ja dann nicht rein. Wahrscheinlich eine volle Plastikflasche, irgendwas war es. Ganz mies, hat am Kopf getroffen und er ging dann zum Boden. Der Spieler, also unfassbar. Ich weiß jetzt, das hat beim Fußball nichts zu suchen. Nichts! Ich weißist, das hat einen tiefs Donner und er resencial hat vor. Ja, das hat das Twitch-!!! Ich weiß nicht, was der Rollen des Ahle h